Euro gekostet, kostet 3,59 Euro, alle Preise an der Raststätte, nicht nur hier, wo wir drei sind, sind... Ja, das sind ätopische Preise, das muss ich dir mal sagen, danke, an der Raststätte, ja, 3,59 Euro, was mal 1 Euro gekostet hat am Kiosk und so, und hast du nicht gesehen, ja, das sind ätopische Preise, das sag ich dir, und Red Bull, 6,99 Euro, die hätte ich erstmal vom Kopf geschmissen, oder hätte erstmal durchgeschossen, da Fußball gespielt. Fordere alle Lebensmittelhändler, dass die ätopischen Preise so langsam runtergehen, ihr habt doch wirklich den Arsch offen, dass Aldi ist, ob das Lidl ist, ob das Netto ist, egal was ihr da für ätopische Preise da angeht, ey, auch für Stallhaltung 2 für Fleisch, ihr habt doch nicht mehr alle, ihr habt doch einen Knall, habt ihr doch, guckt mir nicht mit Krieg oder sonst irgendwas an, oder sonst irgendetwas, die Leute haben doch kein Geld mehr, man, wir können doch kein Geld scheißen, man.